Oh, der sieht ja auch, die sehen auch alles, keine Chance da vorbeizukommen. Das sind genau vier, das heißt, wenn einer rein rennt, der rennt nicht rein. Der hat ja noch gesehen. So, das kann man machen. Keine Ahnung, wer das jetzt war, aber er ist weg. So. Speichern. Ich überlege echt, wie ich die hier wegkriege, ich weiß das nicht mehr. Vielleicht müsste ich den da drüben mal schnell, ich will nicht dieses scheiß Schloss. Ich bin der da drüben. Komm, geh weg. Das juckt ihn irgendwie gar nicht, dass ich da reinlaufe. So, hier mal ein bisschen kämpferisch und nicht so trickreich, denn trickreich komme ich die konnten nicht weiter. Was war das? Ist das alt? Nee. Steuerung? Nee. Shift? Nee. Er trifft ja immer gar nix. Hey, da bist. Okay. Dann würde ich einen... Okay. Es war aber das. Okay. Oh, das ist, äh, das sind viele. Ich glaube, das müsste ich abwarten. Es sind irgendwie zu viele gerade. Okay, einer weniger. Schwups, und wieder ins Haus. Und ich glaube, hier speichere ich jetzt gerade mal richtig. Laufen die da zufällig rein? Nein. Es sind beides wieder welche mit Pflichtgefühl. Boah, leck mich doch am Arsch. Kann doch nicht sein. Ah, guck mal, den schickt er da rein. Nice. Bums. Alles klar. Er ist tot. So. Speichern. Okay. Haben wir jetzt ja so ein bisschen mal aufgeräumt, ne? Ich will den da, den will ich mit der, mit dem Giftpfeil. Bewegt er sich nicht weg? Ich dachte, er bewegt sich weg. Okay. Das ist einfach zu geil. Okay, warten bis sie sich beruhigt haben. Oh, läuft hier noch irgendwo hin, wo man mit ihm was anfangen kann? Nee, schade. Na komm, beruhig dich. So schlimm ist es doch nicht. Da kommt man nicht durch, das heißt man muss da runter speichern. So, das mitnehmen und den Stein mitnehmen. Zwei Steine. Oh, der kommt nochmal. So, ich weiß nicht mehr, wie man die am Maschinengewehr wegkriegt. So, ich weiß nicht. Ach ja, der fällt dann ja runter. Haha. Stimmt ja. So, einmal nachladen. Okay. Das kann man denke ich auch speichern. Da ist einer drin. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung er guckt. In alle möglichen Richtungen. Wie kriegt man denn Lidl weg? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich schätze mal, am sinnvollsten wäre jetzt erstmal nach da unten zu laufen. Okay. Das ist alles klar. Ich weiß nicht. Das ist alles klar. Das ist alles klar. Na, das war jetzt nicht ganz so geplant. Ich dachte nicht, dass der von da aus... Na, okay, eigentlich sieht man, dass das hier die ganze Brücke im Blick hat, aber habe ich trotzdem nicht gedacht. Was? War was? Nichts gehört. Oh nein. Ich glaube, das darf nicht passieren. Ich glaube, sonst haut der ab. Was? Sonst ist das doch immer dann... ist dann doch finito. Ja, jetzt ist er tot. Okay, ich habe mich schon bewundert. Ich weiß nicht mehr, wie ich an diese Typen da rankomme. Komm, Mr. Leone. Mit mir vielleicht? Die Frage ist, auf wen schicke ich den? So, dass es nach Möglichkeit nicht alle sehen. Ich nehme mal jetzt mal den. Mal gucken. Okay, vielleicht sollte ich erst mal die Leichen entfernen. Kann man machen. Kann man machen. Muss man aber nicht. Oder... Boah. Mit dem... Giftfeil wird halt echt kritisch, ne? Oh, was soll's. Oh, was soll's. Oh, was soll's. Wo ist denn? Oh, nein. Oh, nein. Oh, das glaub ich. Oh, nein. Oh, nein. hat ihr jetzt ein bisschen leben gekostet aber das stört ja im endeffekt mich blindenlos nein was auf die entfernung trifft er nicht gedacht ich gehe jetzt da hinschickt ins haus gehen was der kommt direkt mit der hier und 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 sagt weg Okay Nicht ganz wie geplant Aber nehme ich auf Der trifft einfach gar nichts Der Typ, das ist ja echt Der Typ, das ist ja echt Das geht einfach zu schnell Da kommt man nicht gegen an Wollte mal zwei Quick Actions Das hat hier oben so gut funktioniert Und dann bin ich so blöd Alternative Idee wäre Ich versuche die hier Hier hinzulegen Oh wo läuft sie denn lang Sodass ich mit ihr Dann aus dem Haus rausgehen und um die Ecke schießen kann Um die Ecke ist immer gut Ich versuche die hier hinzulegen 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 Na guck an, ein Typ Den kriege ich so aber nicht Okay, hier ist ja jetzt schon ein bisschen leerer geworden Das ist ja schon ganz nett Ich glaube, da hat sich auch keiner weggelegt Ne, dann kann ich auch speichern Der Typ ist jetzt da im Haus drin Der guckt wohin Komplette Breite auch Ich versuche die hier hinzulegen Ich versuche die hier hinzulegen Ich versuche die hier hinzulegen